Wir haben hier eigentlich, wie immer, dass es hier auf dem Professor man üblich ist, einen sehr, sehr guten Reitboden vorgefunden auf allen Vier Ecken, auf dem Vorbereitungswerk, in der Reithalle und natürlich auch im Stadion. Und es gab teilweise ja wirklich schwere Regenwürste und Schauer. Und das hat man fast nicht gemerkt. Der Boden hat das sehr, sehr gut geschluckt. Alle Pferde und alle Reiter haben die gleichen Bedingungen gehabt. Und das ist ganz wichtig für den Wettkampf. Und es lief wunderbar.